Willkommen zurück zu Just Cause 3. Wir nehmen jetzt gerade die Silo-Anlage hier noch auseinander. Das letzte Mal stehen geblieben sind. Genau da geht´s auch weiter. Fall doch mal um. Der hat mich aber ganz gut angeschossen. Wollen wir mal. Hoppla. Feiner hätte ich getroffen, Freundchen. Was ist denn noch? Eine Schüssel. Was fehlt denn noch? Eine Schüssel. Diverser anderer Kram. Diese Waffen. Was soll ich so auf mich schießen? Was habe ich denn hier noch vergessen? Ach, Sian. Keine Granaten mehr. Das habe ich auch. Setze den Urga. Ich habe gesehen, was du gemacht hast. Ich glaube, besteht doch bestimmt noch mehr Krimskrams. Da sind jedenfalls die Waffen. Was ist ja ein Panzerscheiße. Den sollten wir vielleicht mal nützen. Ein Panzer ist ja mal was Feines. Schüsse sind hier noch, bitte. Schüsse sind hier noch. Mal gucken, was wir genau so finden. Aha, Transformator. Irgendwo fehlt noch eine Schüssel. Boah, der dreht sich vielleicht langsam. Hoppla. Oh, ja. Warum machen wir da auch noch? Hören wir mal auf Granaten auf mich zu schließen. Oh, was haben wir denn da hin? Das geht hier auch noch runter. So ist das. Komm mal her. Will ich noch mal durchheizen? Okay, dann ist der Eingang, glaube ich. Der reguläre. Wuh! Auch nicht schlecht. Das ist so ein Raum drehen. Das rutscht auch. Nein. Au, 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 au. Ausstrahlen. Wir schicken Panzer zu eurer Position. Ich bin hier. Ich muss den Weg hier. Panzer. Und das müssen wir mit den Geschäden jetzt. Ziemlich U-Pool. Au! Oh shit, ich muss hier weg. Scheiße, ich seh nix mehr. Uh! Oh, ach. Oh, oh. Das ist so ein bisschen gemein jetzt mit dem Schauern. Er hatte keine Schuhe. Nein. Ich glaube, ich bin tot. Shit. Och, nö. Da haben die aber ganz schön viel aufgefahren jetzt. Den anderen Hubschrauber habe ich leider nicht mehr erwischt. Hier muss ich jetzt noch mal da rein. Wollt ihr mich veräppeln? Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Muss ich nicht. Ich dachte, ich muss das alles nochmal neu machen. Aber, es ist noch gespeichert. Ich würde mal gern wissen, wo ich die... Ah, hier hinten. Ich ziehe jetzt mal einen Wegpunkt hin. Und unten ist schon wieder so ein... Arschloch. Schießen hatten wir auch schon mal. Die letzte. Genau, war ein Betriebsunfall. Ich weiß, was verpasst. Oh, da hat er. Oh, da hat er. Oh, da hat er. Panzer. Die hat er auf mich angehauen. Vorhin. Mir habe ich gedacht. So, Leute. Jetzt reicht es mir aber. Geht doch. Was? Ein Fahrzeug? Oh, nice. Oh, sieht ganz cool aus. Sima Leon Silo. Militärbasis befreit. Transporterwahnsinn. Und drei von sechs Ansiedlungen. Das war witzig. Wir machen weiter. Sehr schön. Ja, ja. Ist ja gut jetzt. Wir müssen uns ein bisschen Munition. Hä? Ne. Torsteuerung. Habe ich denn die Munition gesehen? Da. Damit. Hallo. Das Ministerium für Militärhygiene hat in der Silo-Lüftung von Chima Leon schwarzen Schimmel gefunden und zur Sicherheit die gesamte Basis zerstört. Schimmel kann echt gefährlich sein. Kein Grund zur Sorge. Zum Glück ist alles völlig normal. Wenigstens für euch alle. Viva Medici. Ja, ja. Der böse Schimmel. Geht ja gar nicht so was. Was haben wir denn hier? Eigentlich müsste ich da hin. Aber hier hat man auch noch Sima Leon. Gehört das hier mit dazu? Ne, ist außerhalb. Hier hätte ich noch Larkos anzubieten. Oh, da war ja eben nichts. Da war ich doch schon mal, oder? Ich bin nicht eben vorbeigetrottet. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt erstmal wieder zur Hauptmission. Weil hier sehe ich im Moment nichts, was ich machen kann. Haben die hier vielleicht mal einen Hubschrauber stehen oder sowas? Oder muss ich hier schon wieder einen anfordern? Ach, ich kann auch mal rum. Aua, Fahrzeugen hier. Ne, da oben sind Helipads. Moment mal. Hm, sind wohl doch keine Helipads. Schade. Hier ist zwar ein Helipad, aber... Naja, dann fordere ich mir halt mal einen an. Mit der Rebellenabwurf-App. Wofür haben wir sie denn? Ich habe hier irgendwo was freigestaltet gehabt eigentlich. Achso, der war das. Ne, ich brauche aber nur einen einfachen. So. Schon klasse, wie er da so in den Container passt, der Hubschrauber. So, auf geht's. Richtern Hauptmission. Uah. Oh shit. Ich habe wohl zu wenig Pilotenwasser getrunken. Deswegen schwanke ich ein wenig. Treten der Provinz Lavada. Lavanda. So, was muss ich hier hinten jetzt überhaupt tun? Ich habe keine Ahnung. Eine Stadt nach der anderen. Ah, hier kann ich die auch noch befreien. Das ist gut. Steigt mal aus. Scheiße auf den Hubschrauber, der ist dann sowieso wieder weg. Schnauze. Komm mal raus da. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Bomben. Hoppala. Immer rein. Bitteschön. Ich muss die Startung, soll ich bestimmt auch noch probieren. Hoppala. Jetzt habe ich das alles ein bisschen laut angefangen hier. Nicht weiter schlimm. Muss auch mal sein. Warte mal, da hinten ist doch dieser Kommandeur, der nicht benieten ist. Hallo. Guck mal. Tschüss. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschweren. Kriegen wir Flügelung, bevor wir... Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs zu euch. So. Oh. Leckerchen. Polizeistation. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Weg da hinten. So. Aua. Dieser scheiß Stacheldraht. Bring alles mit, was du hast. So. Einmal Bum. Jawoll. Problem. Die Granata. So, da unten. Oh, nein. Oh, tut mir leid. Ups. Einmal hacken. Ja, schießen wir doch ein bisschen. Ich kann ihn verraten, ja. Oh, du bist ja voll in die Schusslinie gerannt. Ich tanze das nur noch an. Oh, Trepo muss jetzt fallen. Oh, ja. Oder brennt wegfliehen. Guck mal, gleichwohl ich noch nicht. Die sah irgendwie so militärisch aus. So. Ach, scheiße. Ich schieße doch jetzt hier wenigstens. Oh, was soll ich denn? Jetzt. Jetzt kann man unser Hauptmuffel. Granaten gekriegt, das ist ja schön. Was muss ich denn hier noch? Ah, da muss ich was hacken. So, Police Station hätten wir. Halt, jetzt muss ich erst mal gucken, wo der Rest ist. Da ist noch ein Schild. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Och, nö. Da fehlt auch schon wieder ein Panzerlauch. Au. Wir müssen die Lage bereinigen. Schwere Unterstützung nähert sich. Haltet sie auf. So, Kumpel. Helikopter, Mann. Ach, Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Au. Panzer sind unterwegs zu eurer Position. Wo, 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 wo. Aber wie ist es der abgeraucht? Weg. Oh. Das sollte vielleicht nochmal... ...schuldig mal aufmachen. Gut. Oh, Tankgestelle. Oh, das kommt doch gerne zu. Oh. Sorry. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. So. Was muss ich denn jetzt noch umnieten? Da ist noch was und da ist noch was. Also, ich gucke mal gerade aus. Ach, da das Schildchen. So. Watt, 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 watt. Aua. Scheiß Hubschrauber. So, wo ist denn hier noch? Ach, da hinten. Muss ich noch einen Lautsprecher demolieren? Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Also. Das ist die scheiß Flagge. Flagge. Ich seh sie nicht. Ich bin blind. Ach, da. Gut so, Jungs. Setz mal eure Patrouille fort. Ich übernehme mal die Stadt zu lange. Bist du nicht vor der Nacht der Feuerrennen gefahren, Rico? Hoffentlich bist du nicht eingerostet. Mal sehen was. Lantuina. Lantuina. Stadt befreit. Via Campagna Tour. Lantuina Sprint. Eins von vier. Ansiedlung befreit. Genau. Viva la Revolucion. Hm. Was sind das? Was? Was sind das? Ich freue mich verkünden zu können, dass die Ravellos Männer von Rico und seinen Rebellen aus Lantuina vertrieben wurden. Also raus mit euch. Schreibt Bacian die erstbeste Wand. Viel Spaß dabei. Ich hab keine Ahnung, was er jetzt von mir will. Okay. Ich mach euch. Egal. Die Mission starten wir dann leider erst in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.